Mittelalterliche Kunst ist ein sehr weitläufiger Begriff. Ich möchte mich eigentlich eher mit der mittelalterlichen Buchkunst speziell auseinandersetzen, denn gerade mittelalterliche Buchkunst steht wie keine andere für die Breite und für die Schönheit der mittelalterlichen Kunst. Das hat mehrere Gründe. Die mittelalterliche Kunst ist ein Kunstbereich, der über 1000 Jahre reicht, 1000 Jahre eine reiche Entwicklung der Kunst zeigt und insofern eine große Bedeutung hat, dass gerade in den mittelalterlichen Handschriften, die auf uns gekommen sind, die Farbgewalt, wenn man so sagen will, noch unverfälscht erhalten ist. Denn wenn man denkt an Tafelgemälde oder Fresken oder andere Kunstwerke, die aus dem Mittelalter auf uns gekommen sind, so sind die Umwelteinflüssen ausgesetzt gewesen und diese Umwelteinflüsse haben einfach die Farben verändert, haben das Aussehen verändert. Man denke etwa an die Restaurierung des großen letzten Gerichts von Michelangelo in der Sistina. Man sieht hier, wie die Farbwelt dann nach der Restaurierung völlig anders ausgesehen hat. Und in mittelalterlichen Handschriften sind diese Miniaturen von Buchdeckeln geschützt gewesen über Jahrhunderte. Bücher sind auch immer als Schätze bewahrt und gehütet worden und entsprechend gut erhalten und einzigartig gut erhalten sind Miniaturen, Farben in mittelalterlichen Handschriften. Und daher sieht man heute noch die Farbwelt von vor 1000, 1500 Jahren, wie sie die mittelalterlichen Künstler geschaffen haben in den Farben, wie sie heute sind. Und das Ganze hat natürlich auch ein Problem, denn mittelalterliche Handschriften sind sehr heikel. Sie sind schutzbedürftig, sie müssen vor Umwelteinflüssen wie Licht, Feuchtigkeit oder anderen Gefahren beschützt werden und deswegen liegen die Handschriften in Tresoren. Und das Ganze ist natürlich dem zweiten Auftrag, die Bibliotheken haben, nicht gerade förderlich, nämlich sie sollen diese Handschrift nicht nur bewahren und schützen, sondern sie sollen sie eigentlich auch der Nachwelt, der Öffentlichkeit präsentieren können. Und das ist mit einer Originalhandschrift sehr schwierig, wenn nicht manchmal sogar unmöglich, je nach Erhaltungszustand. Und da kommt die Faximileausgabe gerade recht, denn eine perfekte Faximileausgabe, die das Original in allen Details, in all ihren Farbigkeiten, Gold, Silber, äußerer Form originalgetreu wiedergibt, kann das Original schützen, indem es es ersetzt für Forschung, für Ausstellungen, ja sogar für die Tatsache, dass man ein solches Kunstwerk an sich auch zu Hause haben kann als privater Sammler. Dieses Faximile gibt die Farbwelt des Mittelalters unverfälscht wieder und schützt gleichzeitig das wertvolle Original vor unnötiger Benützung. Also insofern, das Faximile ist ein wunderbares Mittel, um die Farbwelt des Mittelalters zu erhalten, zu helfen, so wie sie in den letzten 1000 Jahren, also vor 1500 bis vor 500 Jahren entstanden ist und wir heute die Aufgabe haben, sie gut zu schützen und für unsere Nachkommen weiterzugeben. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020